Mein Name ist Rainer Eschner. Ich bin einer der Leiter der Musical AG des Gymnasiums Lohne. Wir befinden uns hier im Dümmerheim am schönen Dümmer und wir sind in einer der Intensivprobenphasen, die wir bei jedem Projekt einmal machen. In diesem Fall geht es ja um die Nachwuchsgruppe der Musical AG und wir proben an unserem neuen Musical die Rote Zora. Ja, ich bin Max Möhrmann. Ich bin hier mit Herrn Eschner zusammen in der Regie tätig für das Nachwuchsstück und wir sind jetzt hier in der Phase, wo wir so das Stück langsam zusammensetzen, wo wir Szenen aneinanderreihen, wo wir merken, dass wir große Fortschritte machen und die Primäre rückt natürlich auch immer näher und da bietet sich das einfach an, dass wir so nach und nach einfach alles zusammensetzen. ante Seite Fortschritte кіru between